ich bin ja der herrschung war so vor wie zogen heute kommt die blöde nur in der neuen sie sind sie sind auf jeden Fall Leute das erste gameplay in der neuen map eschlo 24 7 gerade spiel ich die c58 die Waffe von folge sie sind auf jeden Fall Leute wenn ihr neu bist dann ist gerne ein Like und ein Abo und auf Video Beschreibung findet du mein Twitch Kanal wenn du mich sehr freuen wenn du auch Follower lässt und wir haben einfach nie so viel reden die map sieht auf jeden Fall sehr sehr groß aus deswegen viel Spaß mit das Video let's go jawohl oh yo yo chill chill chillen sie mal was sind das für Waffe em2 perfekt dachte wer denkt die gestelle vor ich habe die beide gekältet das war so das für sogar okay eine ist dort hinten denn ich habe gar nicht gehört mp5 haben nichts gehört einfach von dem typ büro alte maschallah das ist die krone anfallausfälle wie man das nennt ja dann runter die haben bestimmt hier krone erfunden die map ist so groß alter schwede oh mein gott wie ich höre keine schritte man die die map ist so groß man hört einfach alles man hört einfach alles aber die map finde ich echt sehr geil aber man muss so schwitzer sein digger 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 perfekt ich kill die und dann bekomme ich den kill nicht sehr schön muss sein aber hauptsache habe ich leute gekältige die die leute sind hier so am hart schwitzen die haben auch sehr starke waffen dabei ja komm rein das ist gerade nur glück wirklich das ist gerade nur glück digger da arme ach leute ganz kurz es gibt neue sache feuerflamme also wir testen die zum ersten mal hier feuerflamme ich brauche aber jemand nein ich will meine flamme was war nein ach ich habe den verloren und nein ja okay aber ihr habt es gesehen wieder feuerhaus ausgeholt hat der typ hat das dass man den gucken wie er das macht ohja oha 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 oder die kategorie nein 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 ich will nur die map bisschen erkundigen mann ich will die halten die so hart schwitzen deswegen tut mir leid leute wenn ihr dieses video wie langweilig findet aber mein erster game die neue map die ist das ist ja ich meine muss man ihr wisst das ich muss mal ein bisschen genießen dies das wisst ihr und ich genieße es gerade bedeutet die wisse ich genieße gerade mit deutsch deswegen perfekt die leute die an der jahre ja mann ja 12 k oh mein gott wie viel hat der erste ja okay ja okay wir sind alle wir sind alle zu stark die ich dachte der eine hat schon 40 case oder so was wärs dann das war so gut das ist so gut das ist so gut ach so stark das kann man kaputt machen durchfallen oh mein gott alter okay okay tut mir leid entschuldigung entschuldigung ja wo alter tschül wer bist du lacke wer bist du der hinter mir ist okay hauptsache 20 kills schaffen wir immer die gehe immer wenn der neue sie sind nur für 20 kills bei mir aber egal besser als nichts oh mein gott dicker ein einschuss hat es gefehlt ah jo tschül tschül bruder halt wer bist du die ja ich fühle es jetzt ja ja er kennt oben wie ein hässlicher camper ich mag die camper nicht man kommt ein kill nein diese ein kehrt gefehlt bis zu 20 und nein aber sie gewinnen oh mein gott jawohl endlich zum ersten mal auch wie gewinnen wo ich ein video aufnehmen oh mein gott ich glaube mehrmals aber es kann das ist so selten jawohl aber oder der hat die neue waffe dec 9 die ist stark die ist stark die waffe ist stark alter 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 die map sieht auf jeden fall von oben oder von draußen sehr nice aus auf jeden fall so leute das euch mal für die chance gefallen das gerne leichter und ein abo wir sehen uns bei nächsten video